Wir befinden uns hier heute am Standort in Wien, in Österreich, über den ich ein bisschen was erzählen werde. Der Standort in Wien ist ein großer Entwicklungsstandort für die Produktgruppen Medionet und Bolero. Wir machen hier am Standort auch Vertriebsgeschäft und auch unser Rentalgeschäft hat hier eine entsprechende Räumlichkeit. Aber die große Anzahl der Mitarbeiter, die hier tätig sind, knapp 40 Mitarbeiter, sind im Entwicklungsbereich beschäftigt. Der Standort Faktor Wien ist sicher eine Möglichkeit für Riedl als Gruppe, Talente anzuziehen, die vielleicht an anderen Standorten nicht gefunden werden. Das hat sicher auch mit dazu beigetragen, dass der Standort entwicklungstechnisch da auch so stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Das Potenzial, das sich daraus ergibt, ist natürlich Vorreiter zu sein. Wir haben hier sicherlich Technologien eingeführt, die an anderen Standorten, auch an anderen Entwicklungsstandorten logischerweise so noch nicht angegangen wurden. Und wir haben über die Jahre sicherlich gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, die dann auch auf die Straße zu bringen. Die IP-Initiative in unserer Branche, die ist selbstverständlich von uns sehr, sehr früh auch schon bemerkt worden und mit unseren Produkten im Medionet-Bereich auch bedient worden. Der erste Schritt ist, die Signale von einer konventionellen Welt, von einer linearen Welt in eine paketorientierte IP-Welt zu heben. Möglichst eben mit einem Industriestandard, damit ein Austausch zwischen den unterschiedlichen Herstellern auch möglich ist. Und der nächste Schritt, der folgen wird oder der schon folgt, wie wir das auch sehen, ist natürlich dann diese Funktionalität, dieses Processing, diese Verarbeitungsaufgaben so weit zu abstrahieren, dass die Auslastung, sage ich mal, in ein sehr, sehr hohes Niveau kommt, Richtung 100 Prozent geht, um die Investitionssicherheit, um den Return of Invest dann auch sehr hoch zu setzen. Also wir müssen uns als Hersteller viel stärker als früher auf die betriebswirtschaftlichen Komponenten unserer Produkte auch einlassen und uns stärker damit beschäftigen. Wir müssen viel mehr als jetzt mal vor 20 Jahren nicht nur an die Qualität der Technik denken und an die Datenblätter, sondern wir müssen auch denken, was ist tatsächlich hier an Kosteneffizienz auch angesetzt, wie kann der Kunde mit der Investition mehr produzieren und damit natürlich auch mehr Geld verdienen.